Wir haben schon wieder was mit Max Raketenwerfer gewonnen. So was passiert nicht alle Tage. Okay, ich brauch einen neuen Vision Support. War mir irgendwo klar, dass das jetzt nicht reicht. Gut. Gut. So... So... Okay... Den müssen wir so machen... Dann... Einmal 152% hier... Die Schadenszahlen sind hier so... Unverhältnismäßig... Okay... Überlebt den Arti-Beschuss... Im Zweifelsfall erstmal den Mid-Tank ausladen... Der ist wertvoller... Dachte ich mir fast, dass er den nicht überlebt... Und jetzt hat er ein Kreuzer da drin gebaut... Das gefällt mir jetzt mal gar nicht... Dann müssen wir auch mit zurechtkommen... Die Schadenszahlen sind hier... 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 Ich glaub's nicht... Co-Power hilft mir leider relativ wenig... Wenn ich blind bin wie sonst irgendwas... Die Schadenszahlen sind die Schadenszahlen... Die Schadenszahlen sind hier... Kā... Da steht was... Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat da irgendwo noch eine Art hier rumstehen Okay Dann schauen wir mal, was wir alles kaputt machen können Nee, kaputt machen Der Rocket Launcher hier nervt so oder so Okay, da steht auch was drin Ah, dann haben wir hier die Artie, das ist auch gut Weiß ich zumindest mal, wo die ist Den Rocket Launcher da unten müssen wir auch kaputt machen Ist das noch dieselbe Mission? Die nächste ist eh schon die letzte Ui, jetzt schneit's bei mir draußen 4 HP macht 88% Schaden Seems legit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit So So Der Raketenwerfer hat kein Benzin mehr Auch nicht schlecht Die Missile da hinten kann meinetwegen stehen bleiben Bis sie schwarz wird Die interessiert mich nicht wirklich So 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 Und dann machen wir hier mal wieder fröhliches Space-Blocking, dass er nicht mehr so viele Einheiten rausspammen kann. Ich will einfach nur ein bisschen was sehen hier. Ok, da unten hat er auch noch ein bisschen was. Hm. Okay. 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 Das reicht. Okay. 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 So. Moment, äh, die Missile steht ja da immer noch, oder? Ah, seinen Jäger hat er da hinbewegt, okay. Ja, wenigstens können wir den so gewonnen hättet. Dann ist die Flak hier auch kein Problem. Oh gut, dem kann ich mich sowieso nicht wirklich bewegen, also... Aber wir hoffen, dass der nicht noch eine weitere Anti-Air da unten gebaut hat. Okay. Dann machen wir das mal so. Ich hole mal jetzt den Kaffee. Da hat er eine Mech, okay. Okay. Oh okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020